Musik Die Idee zum Trufellas ist an einem Tiefpunkt in meinem Leben entstanden, wo ich meinen ganzen Lifestyle mit Tattoos, Hot Rods, einem Real Power Shop und einem authentisch amerikanischen Diner vereinen wollte. Trufellas, das bedeutet wahre Freunde, ist kein Mainstream, sondern Custom Culture und Oldschool-Handwerk. Beim Tattoo-Studio war mir die Liebe zum Detail besonders wichtig, weshalb wir den Großteil der Einrichtung selbst gemacht haben. Einen guten Detailierer macht aus, wenn er auf die Wünsche der Kunden bestmöglichst eingeht. Deshalb versuchen wir auch alle Stilrichtungen abzudecken. Zu meiner Vision am Anfang gehörte auch ein Barbershop, einen Platz, wo Männer auch Männer sein können. In Matt habe ich einen Barber gesehen, der das nicht nur wegen des Geldes macht, sondern auch das Ganze lebt. Musik Da alle guten Dinge drei sind und das schon ein Jugendtraum von mir war, wollte ich einen Fifty-Steiner. Aber keinen Kitsch, sondern so authentisch wie möglich. So wie das Schicksal es will, ist einer der besten Köche zu mir geflogen. Vom Fleisch bis zu den Brötchen servieren wir keine Industrieware und benutzen auch keine Chemie und Geschmacksverstärker. Und dass unsere Burger von Qualität sind, beweisen 60.000 verkaufte Burger im ersten Jahr. Musik Das ist sehr viel Wert auf regionale Produkte. Beim Buchberger Robert wissen wir, wo das Fleisch herkommt und er versteht sein Handwerk von A-Z. Musik Musik Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Dasselbe ist es mit unserem Bäcker, dem Buchgraber Klaus. Er weiß genau, was wir brauchen und macht es so für uns nicht anders. Unser Gepäck braucht gutes Getreide, Luft, Wasser, Hitze und natürlich Klaus. Es gibt nichts Schöneres als einen harten Arbeitstag mit meinen Trufellers. Wir machen es nicht nur für Geld, wir machen es, weil es unsere Liebe, unsere Leben und unsere Passion ist. Bleib ehrlich.